Der Safety Car kommt für Franz Engstler. Ja, und jetzt zuschiert der Franz Engstler das Safety Car. Der Safety Car kommt aus der Boxengasse raus und fährt den Franz Engstler genau vor das Auto. Was ist denn sowas? Was ist das denn, bitteschön? Also eine ganz skurrile Geschichte. Und das Auto von Fernandes fängt auch noch an zu kokeln. Also das Chaos, was wir hier im Fahrerlager politisch erlebt haben, setzt sich jetzt auf der Rennstrecke leider auch noch fest. Da war der Herr Fernandes weitergefahren und dann hat die Kiste angefangen zu brennen. Franz Engstler ist okay, das ist schon mal wichtig. Hier kommt Kurt Remmel und der klaut natürlich auch nicht. Der kann das nicht fassen. Was war das denn? Der fährt den einfach vor das Auto. Ja, da hat der Franz Engstler keine Chance. Meine Güte, meine Güte.